Herzlich Willkommen hier beim We Love MMA Podcast. Heute sprechen wir über eine sehr kuriose UFC Fight Night. Darum lasst gerne einen Daumen nach oben und eine Bewertung bei iTunes da. Curtis Blades vs. Derrick Lewis. Zuerst beginnen wir aber mal in den Prelims, denn da ist ein Kampf ausgefallen und zwar Chaz Skelly vs. Jamal Emers. Die beiden bzw. nein, Chaz Skelly, der war bereits im Oktagon, hat auf seinen Gegner gewartet und plötzlich ist Jamal Emers backstage kurz bevor er auslaufen wollte an einem Rückenkrampf erkrankt. Also er hat auf jeden Fall einen Krampf in seinem Rücken bekommen und dann wurde dieser Kampf abgesagt. Total kurios, einfach weil Skelly bereits im Oktagon war. Er ist eingelaufen, hat auf seinen Gegner gewartet und Emers hat da backstage einen Krampf bekommen. Also Backspasms, übersetzt heißt das Rückenkrampf. Ich habe jetzt geschaut, ich habe da jetzt keine spezifische Krankheit dafür gefunden. Er hat einfach Backspasms bekommen und dann wurde der Kampf abgesagt. Total kuriose Szene, dass da jemand im Oktagon wartet und sein Gegner einfach nicht kommt. Dann springen wir auch gleich mal zu der Maincard, denn dort hatten wir die ein oder andere spannende Entscheidung, aber Entscheidung von Herb Dean. Wir hatten einmal Chris Dawkos, der gegen Alexei Olejnik gewonnen hat, in meinen Augen sehr spät abgebrochen. Olejnik hat da echt unnötig viele Kämpfe, viele Schläge einstecken müssen, wo natürlich die Frage ist, okay, wie gravierend kann sowas sein? Vor allem, weil er eben schon so alt ist. Olejnik ist nicht mehr der Jüngste, schon über 40. Wäre es da nicht schlauer gewesen, hätte man diesen Kampf früher abgebrochen, vor allem weil man gesehen hat, da als Dawkos auf ihn eingeprügelt hat am Käfig, dass Olejnik sich davon einfach nicht mehr erholen wird. Und Olejnik diesen Kampf quasi schon aufgegeben hat, hat noch zum Referee geblickt, Herb Dean hat den Kampf weiterlaufen lassen. Gab auch einen kleinen Shitstorm bei Twitter, habe ich gesehen. Chris Dawkos hat aber auf jeden Fall gewonnen. Schlecht lief es auch für die zweite UFC-Legende, denn Adrielowski wurde gechokt. Und sein Gegner, Tom Espinall, hat mit dem Rear Naked Choke gewonnen. Das heißt, hier haben heute Nacht die aufstrebenden Fighter gewonnen. Die aufstrebenden Fighter haben geglänzt und nicht die alten Legenden. Sehr, sehr spannend war aber das Main Event. Derek Lewis vs. Curtis Blades. Und wir wussten ja im Vorfeld, wie das Ganze ablaufen sollte. Wir kennen die Blaupause, um gegen einen Derek Lewis zu gewinnen. Die hat uns Daniel Cormier präsentiert. Aber Curtis Blades wollte dem wohl nicht folgen. In der ersten Runde dachte ich mir, oh, so you're a striker now. Und Curtis Blades hat es eigentlich gar nicht mal so dumm gemacht. Die erste Runde ging auch an Ian. Das heißt, viele Fans, oft einen Takedown angetäuscht und dann zugeschlagen. Und Derek Lewis hatte auch gegen Ende der ersten Runde durchaus seine Probleme. Die erste Runde ging einfach an Curtis Blades, einfach weil er vermutlich kurz vorm Finish war. Wobei man bei Derek Lewis nie ganz genau weiß, ob Derek Lewis gerade selber nur antäuscht oder kurz vor dem Finish steht. Einfach weil Derek Lewis auch gegen Junior Dos Santos gerne mal angetäuscht hat, dass er verletzt ist. Und dann eine Overhand oder sowas rausgehauen hat. In der zweiten Runde ging das so ähnlich weiter. Derek Lewis hat vor allem in der zweiten Runde eine wahnsinnig schöne Takedown-Defense gezeigt. Konnte einen Takedown von Curtis Blades abwehren. Und als Curtis Blades dann auf diesen Takedown shooten wollte, hat Derek Lewis einen Uppercut geworfen, der so brutal, also der Knockout war wirklich brutal. Und die Szenen danach waren gruselig. Weil während man sich diese Highlights anschaut, hört man einfach Curtis Blades im Hintergrund schreien. Wie er quasi am Leiden ist, so blöd das auch klingen mag. Aber Curtis Blades, als er auf dem Boden lag, hat wirklich geschrien und das war gruselig. Man hat ihn da gesehen, wer sich nicht gerührt hat. Man hat ihn nur gehört. Boah. Spannender Sieg für Derek Lewis, der aber gesagt hat, so ganz in den Kampf gefunden hat er nicht. Er hat sich heute nicht danach gefühlt. Heute war er nicht so fit, wie er eigentlich sein wollte. Und ja, mal schauen, wie es weitergeht. Ich meine, Derek Lewis hat jetzt die Nummer zwei besiegt. Selber will er jetzt aber einen Fight gegen Overeem. Spannende Ansetzung. Er will einen Drei-Runden-Fight gegen Overeem. Er will keine fünf Runden. Ich kenne nicht die Ambitionen von einem Derek Lewis. Das sind aber nicht die Ambitionen, die man hat, wenn man Champion werden will. Was eigentlich schade ist. Auch wenn man sagen muss, Derek Lewis, er hat sehr zurückhaltend gewesen in diesem Kampf. Der hat darauf gewartet, dass Curtis Blades auf diesen Takedown geht. Und das war sein Gameplan. Das hat er geübt. Und das hat er auch durchgezogen. Erfolgreich. Dieser Uppercut. Boah, brutal. Schaut es euch auf jeden Fall nochmal an. Dann war es das auch mit dieser Episode. Dienstag gibt es die Preview für den nächsten Heavyweight-Kracher. Rosenstruck vs. Cyril Garn. Das wird auch ein sehr, sehr, sehr geiler Fight. Freut euch auf die Episode am Dienstag. Und damit bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.